Also, heute probieren wir mal den Gönnergy von MontanaBlack. Er hat ja großartig Werbung gemacht, da wir gerne mal so ein paar Energies trinken. Werden wir uns das Ding jetzt mal reinpfeifen. So, ich bin mal gespannt auf die Brötze. So, mal nicht so viel, ne, falls ihr das behörden kriegen. Ich denke mal nicht. Ich probiere mal. Kid, was ist mit dir? Hast du Aufbruch auf dem Gönnergy? Ich brauche keine Aufbruchsmittel, um mich gut zu fühlen. Nein, nein, nein. Prost. Prost. Das Ding ist gar nicht schlecht. Jetzt mal einfach. Ich will ja keine Werbung machen, aber... Es ist echt verdammt gut. Das hätte ich nicht gedacht. Der ist echt gut. Das finde ich gut. Dann post. Ja, dann post. Untertitelung des ZDF, 2020